Frau Hagen, wir weichen nicht, und wer ist die Vereinigte Weltreaktion? Unsere republikanische italienische Nacht steigt heute nackt. Ich glaube, Sie sind ein schlechter Mensch. Es gibt keine schlechten Menschen. Es gibt nur sehr arme Menschen. Wenn alle so wären wie du, stimmt es besser um uns Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020